Mac Zabzerab, der alte Dieb, verriet mal sein Geschäftsprinzip. Er sagte, lass die Fingerchen von kleinen krummen Dingerchen. Nur große krumme Sachen, die kann man heut noch machen. Klau dir drei Zitronen, und die Marktfrau zeigt dich an. Klau dir drei Millionen, und du bist ein feiner Mann. Soll sich Klauen lohnen, dann klau immer mit Format. Klau dir ein paar Inseln und, und schon hast du einen Start. Klau dir goldene Löffel, und schon bist du im Knast. Klau das Gold der Inkas, und du weißt, was du hast. Ja, klau dir ein Land, und man wird dir verzeihen. Klau, aber klau nicht zu klein. Klau dir ein paar Eier, und das Kittchen ist der Lohn. Klau dir die Sahara, und dein Erdöl sprudelt schon. Ist der Diebstahl groß genug, ja, dann heißt das Transaktion. Klau ein paar Oasen, und man macht dich zum Scheiß. Klau den wilden Westen, und schon hast du ein Reiß. Ja, nimm, was du willst, aber groß muss es sein. Klau, aber klau nicht zu klein. Klau. 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 Vielen Dank.